Du machst Vorträge und dann kommt diese Werbung. Wie oft werde ich angeschrieben, warum machst du die Werbung? Habibi, warum kann man denn nicht erst einmal positiv denken über einen Bruder und sich erst einmal sagen, nee, sicher macht er das nicht. Viele Menschen haben erst einmal, er macht das und er ist das, Habibi. Aber wir müssen uns erziehen, erst positiv über andere zu denken. Ich bin es nicht oder ein anderer Prediger oder Chujur, wir machen doch nicht diese Werbung da rein. Wir haben auch die Werbung nicht geschaltet, sondern ob du willst oder nicht, kommt die Werbung. Ob du willst oder nicht, ich verdiene auch kein Geld, weil es nicht erlaubt ist. Warum? Weil diese Werbung zu 99,9% ist haram. Auch wenn das Produkt an sich halal ist, aber alles drumherum ist haram. Unbekleidete oder Allahu A'lam Musik und so weiter und so fort. Jetzt aber, bin ich dafür verantwortlich, dass die Werbung eingeschaltet wurde? Nein, also bekomme ich nicht die Sünden für diese Werbung, die haram ist. Nein, also bekomme ich nicht.